so nochmal zurück übrigens das ist ein foto auf meinem facebook account akko amani ja ihr wisst ich bin jetzt kein youtube kanal wo hier alles super strukturiert ist und videoschnitte hier und da aber ich bin gerade so stehend rudern am trainieren so für schultern und nacken habe ein bisschen allergie bei mir anfang juni komplett juni durch so ein bisschen allergie angesagt ich nehme zwar medikamente dagegen aber augen sind gerötet und so weiter und so fort deswegen nimmt es mir nicht übel so kommen wir mal zum eigentlichen thema so wie ich am trainieren bin ich bin sehr oft auch am nachdenken auch über meinen youtube kanal und was ich als nächstes für themen bringen kann ihr seht ja ich bin ziemlich schwer ich bin knappe 180 ich weiß nicht 179 180 so um den dreh herum wiege so im sommer meistens so zwischen ich weiß nicht 117 118 manchmal 120 manchmal auch 122 im sommer und im winter auch schon mal gut und gerne 130 früher auch schon mal 135 137 also ziemlicher brocken schwer und körper fettanteil ist natürlich auch hoch bei mir bauchbereich ist kein sixpack zu sehen und ist auch natürlich ihr wisst schon worauf ich hinaus möchte jetzt wurde ja die letzten jahre das mal zum vorwort jetzt wurde ja die letzten jahre auf sehr vielen großen youtube kanälen von den ganzen fitness gurus immer kommuniziert wer einen niedrigen körper fettanteil hat ja der hat höhere testosteron werte ich will das jetzt nicht irgendwie anzweifeln oder sonst irgendwas ich will euch nur eine sache zu denken geben ich habe ja jetzt vor ein paar tagen video gemacht über simon body ip keine ahnung ändert ja seinen kanal namen ab und zu er hat ja die 170 kilo bankdrücken geschafft und da habe ich ja ein video dazu gemacht und jetzt ist meine frage des simon ist das ganze jahr über mehr oder weniger shred unterwegs ja das heißt wenn man sieht ja in seinen videos ist immer relativ schlank sixpack überall so nacken schultern alles gut sichtbar und bauch hat da sowieso nicht und so weiter und so fort jetzt könnte man ja davon ausgehen so ein durchtrainierter typ hat ja einen hohen testosteron wert und wie wir von gannikus.com sein youtube-kanal das herausgefunden haben gab es ja vor ein paar monaten so ein testosteron test und es kam raus dass der gute simon body ip simon keine ahnung wieder seinen kanal nennt habe ich jetzt nicht im kopf dass er im unteren drittel liegt was die testosteron werte angeht also 3,5 irgendwie sowas oder um den dreh 3,6 7 irgendwie so auf jeden fall im unteren drittel jetzt noch nicht mal richtig mittelfeld sondern wirklich im unteren drittel jetzt ist die frage ein typ der die 170 kilo bankdrücken schafft ja der einen sehr niedrigen körperfett anteil hat und zwar fast das ganze jahr über der bei 1,80 irgendwie immer um die 83 85 kilo wiegt oder was auch immer also auf jeden fall niedrigen körperfett anteil wieso hat so ein typ wo alle kanäle alle fitness gurus sagen ja leute mit niedrigen körperfett anteil haben hohe testosteron werte oder höhere wieso hat so ein typ so einen niedrigen körperfett anteil wie gesagt das ist no hate richtung simon das ist einfach das sind so dinger wisst ihr ich könnte jetzt auch keine ahnung so die letzten jahre bei den ganzen großen fitness youtuber schleimen mit denen zusammen videos drehen und lasst doch mal der wohnt glaube ich auch sogar hier in düsseldorf oder umgebung ich könnte jetzt mit ihm keine ahnung schleimermäßig vorgehen oder die letzten jahre zumindest und dann mir vorteile daraus erhaschen stattdessen kassier ich daumen runter obwohl ich einfach nur versuche denkanstöße zu geben vielleicht mag sich ja simon dazu äußern ich meine guck mal simon jetzt mal direkt an nicht gesprochen du hast 188.000 abonnenten oder 190.000 oder keine ahnung wie viele abonnenten du hast ja anscheinend gehen deine zuschauer davon aus dass du voll die ahnung hast könntest du uns vielleicht ein video machen du musst ja noch nicht mal pass auf die meisten leute denken ja so okay der will jetzt nur aufmerksamkeit okay vergiss meinen kanal namen vergiss mich und so mach doch mal einfach ganz neutral ein video wo du vielleicht mal erklärst wieso so ein durchtrainierter megaathlet wie du der einen niedrigen körperverteinteil hat wo man dann immer sagt die testosteronwerte würden dann steigen oder man hat eine höhere testosteronwerte warum ist dein testosteronwert so im keller ich meine du bist auch nicht aspach uralt wärst du jetzt keine ahnung 50 60 oder was würde ich sagen okay alles klar aber du stehst doch eigentlich so wie du aussiehst voll im saft ja ich meine du siehst doch durchtrainiert und muskulös aus du hast auch mehr power als so mancher der hier auf youtube unterwegs ist wie kommt dass dein testosteronwert so am arsch ist fragezeichen 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 vielen dank fürs zuhören wir sehen uns bis morgen ciao